Moin Leute, herzlich willkommen zu einer, kann man schon fast sagen, einer absoluten Legende. Leute, wer den Akinator nicht kennt. Gibt's Leute, die den Akinator nicht kennen? Falls ja, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Leute, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt eine Person suchen und der Akinator wird mit seinen super magischen Kräften herausfinden, welche Person ich meine. Ich hoffe, die Person ist da drin. Es geht nämlich heute um Mini-Mini-Paluten. Mich kannte er schon? Was ist das denn für ein Bild? Das ist, glaube ich, ein Bild aus dem Livestream. Da ist nämlich Edgar auf meinem Kopf. Mini-Paluten kannte er? Mini-Paluten, kannte der Akinator dich? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, okay. Wo ist überhaupt Mini-Mini-Paluten? Der ballert einen in die Pfanne. Auf Toilette? Okay, ja gut, der ist wie sein Vater. Äh, so, spiel. Bam, Alter. Ist deine Figur männlich? Doch, Mini-Mini-Paluten ist männlich, ja. Hat deine Figur einen YouTube-Kanal? Na, er hat keinen eigenen YouTube-Kanal, nee. Ist deine Figur über... Nein, Mini-Mini-Paluten ist nicht über 20 Jahre. Ist deine Figur... Na, Mini-Mini-Paluten ist kein Mensch. Steht deine Pal... Ja, auf zwei Beinen. Spielt deine Figur... Nein. Nein, in keinem... Nein. Es ist nicht Huggy, Huggy, Wuggy. Ich weiß bis heute nicht, wie dieser Huggy, Wuggy genau ausgesprochen wird. Gibt's den eigentlich noch? So, nein. Wohnt deine Figur in... Ja. Mini-Paluten, äh, Mini-Mini wohnt in Deutschland. Ja. Oh, jetzt ist er hier auf der Spur, ja. Ja, durch YouTube berühmt geworden. Ist deine Figur grün? Warte mal. Ey, das mache ich auch. Evil-Paluten. Ich frage mich, ob der Evil-Paluten kennt. Äh, nein. Ist nicht grün. Ist deine... Einsam! Ist deine Figur im Besitz von Paluten? Ey, das ist so... Das ist so crazy. Ja. Hat deine Figur eine jüngere Schwester? Nein. Gehört deine Figur zu einem berühmten Paar? Nein. Erlebt deine Figur... Ja! Nein, es ist nicht... Es ist eine Runde... Ein bisschen Mini mehr. Nein. Fortfahren, ja. Oh, ich glaube, er kennt Mini-Mini-Paluten nicht. Mach deine Figur Let's Plays. Nein. Trägt deine Figur... Ja. Trägt Kleidung. Ist deine Figur Soldat? Nein. Ist er... Nein, er ist nicht grün. Kommt deine Figur in Elseworld? Was ist Elseworld? Nein. Hat deine Figur eine Zauberwerkstatt? Nein. Hat deine Figur weiches Fell? Hat... Ja, er ist... Mini-Mini-Paluten ist sehr weich. Nein. Nein. Nicht aus GTA. Stammt deine Figur aus... Ja! War deine Figur schon mal bei Minecraft Freedom dabei? Also Mini-Paluten war da, aber nicht Mini-Mini-Paluten. Hat deine Figur einen Schnabel? Nein. Trägt deine Figur nur eine Socke? Nein. Ist deine... Ja! Sie ist klein. Russische Abstammung? Nein. Hat deine Figur ein Album? Also, ich glaube nicht, dass er ein Album rausgebracht hat. Ist deine Figur blau? Nein. Aus Stoff? Ja. Hat deine Figur einen eigenen Salon? Nee, Salon. Oh Gott, jetzt... Er weiß es nicht. Der Akinator kennt nicht Mini-Mini... Nein! Nichts mit der Farbe Grün! Hat deine Figur etwas mit einem Elefanten zu tun? Nein. Ist deine Figur blau? Nein. Mit Nebel... Nebelnik? Nein. Nein! Keine grüne Haut! The Last of Us? Nein! Auch nicht Fire Emblem! Ach, nein! Es ist nicht Edgar! Er weiß es nicht! Nein! Fortfahren? Ja! Transformieren? Nein! Ja, hat was mit Minecraft zu tun? Hatte deine Figur eine Affäre mit ihrem Chef? Nein! Kann deine Figur laufen? Ja! Challenges auf YouTube? Nein! Ist deine Figur ein Tier? Nein! Hat deine Figur mehr... Nein! Ist deine... Nein! Ich hoffe nicht! Gibt es deine Figur in Wirklichkeit? Ja! Stammt deine Figur aus deiner Familie? Ja! Ist deine Figur jung? Ja! Wohnt deine Figur und du in dem gleichen Haus? Ja! Hat deine Figur einen eigenen Kanal? Nein! Hat deine Figur eine Halbglatze? Nein! Hat auch keinen eigenen YouTube-Kanal? Figur zu den Rocket Beans? Nein! Ist deine Figur... Nein! Muss deine Figur oft niesen? Nein! Kann deine Figur Auto fahren? Nein! Kommt deine... Aus dem korelischen... Nein! Nein! Ist nicht so alt? Er weiß es nicht. Ist deine Figur immer für dich da? Ja! Ist deine Figur... Nein, Mann! Hat deine... Hat deine Figur dieselbe Mutter wie du? Hoffentlich nicht, Alter! Hat dein... Mini-mini-Paluten hat nicht Jura studiert! Deinen Sohn! Leute, ich glaube, wir müssen damit leben, dass er erkennt Mini-mini-Paluten nicht! Meine Figur ist nicht auf der Liste! Da! Mini-mini-Paluten! Abschicken! Da! Mini-mini-Paluten! Es gibt Mini-... Aber warum hat er den nicht gefunden? Da! Palutens Plüschtür! Mini-mini-Paluten! Bravo! Sie haben mir eine Falle gestellt! Ich habe ihn überlistet! So, warte mal! Jetzt, ob er evil! Ist deine Figur weiblich? Nein! Existiert deine Figur wirklich? Ja, klar! Macht deine Figur Videos... Na! Evil macht das nicht über... Nein! Ja, durch das Internet bekannt geworden? Nee! Durch TikTok nicht bekannt geworden! Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja! Ist deine Figur ein Moslem? Nee! Hat deine Figur ein Handy? Nee! Ist deine Figur aus Holz? Nein! Ein tierisches Aussehen? Nee! Hawaii-05? Nein! Hat deine Figur Beine? Ja! Älter als 18? Nein! Aus Stoff? Ja! Ist sie grün? Das war's! GG! Ja! Mini-Evil-Paluten! Sehr nice! Eingereicht von X! Cool! Das ging einfacher als gedacht! Das habe ich mir aber schon fast gedacht! Das mit dem Grün, das musste sein! Erb! Richtig! 3.390 Mal gespielt! Das ist cool! Ah, guck mal! Hier sieht man auch die letzten 10 Spiele! Mini-Evil-Paluten, Rezo, Mini-Paluten, Gnu! Die anderen kenne ich ja alle nicht so wirklich! Ich weiß nicht, wer Bull ist! Wie schnell? Ich guck mal! Ihr müsst jetzt mitraten, wer das sein könnte! Es ist... Ah, wenn ich das sage, dann... Es ist ein Goblin! Guck mal, ob ich ihn... Ob ich ihn erkenne! Also, ob er ihn erkennt vielmehr! Nee! Lebt deine Figur in... Nein! Gibt... Ja! Gibt's in Wirklichkeit? Nee, kommt nicht aus den USA! Nee, nicht dank Fußball berühmt! Älter als 30? Nein! Sprich die Figur Deutsch? Ja! Ist die Figur berühmt? Ja! Macht die Figur Videos über Videospiele? Ja! Ja! Hat deine Figur etwas mit der Farbe Grün zu tun? Ja! Hat deine Figur etwas mit Dinosauriern zu tun? Angeblich! Ich würde sagen, kein Dino, sondern Goblin! Hat deine Figur rote Haare? Nein! Maxify! Okay, das ging auch richtig schnell! Ja, ist er! Maxify Maximilian! 100.000 Mal gespielt! Warte mal! Wurde... Wie oft wurde Palermo gespielt? Ich muss mal ganz kurz... Ist deine Figur Weibli? Nein! In Deutschland geboren? Ja! Berühmt durch YouTube? Ja! Spiel deine Figur Minecraft? Ja! Sag deine Figur bei YouTube am Anfang... Hallo, mein Name! Oh, okay, warte mal! Wir gucken mal! Ja! Ist deine Figur bei... Nein! Kommt deine Figur aus Hamburg? Nein! Ich würde das jetzt gerne mit Luca... Hallo! Es war doch klar, dass jetzt Luca ist! Nein! Konkur... Ja! Er hat deine Figur bei Minecraft... Ich weiß... Hat Luca... Ich weiß es nicht! Schläft deine Figur nachts? Ja! Hä? Es waren doch schon zweimal Sachen mit Luca! Kann deine Figur springen? Ja! Und wie oft wurde er jetzt... Ja, es ist er! 105.000 Mal! Aber da steht Luca Sims 4! So, warte mal! Jetzt bei Palermo! Ist deine Figur männlich? Ja! Aus Deutschland? Ja! Durch YouTube? Spielt deine Figur Minecraft? Ja! Oh, jetzt überlegt er! Jetzt überlegt er! Nein! Sag nicht am Anfang mit Luca! Spielt deine Figur Geige? Nein! Kommt deine Figur aus Okami? Nein! Ja! Er gehört zum Freedom Squad! Ist deine Figur ein Raubtier? Nein! Hat deine Figur einen großen Kopf? Habe ich einen großen Kopf? Ich würde sagen, ja! Ja! Ein Hausschwein! Der Jüngste aus der Gruppe? Nee! Ist deine Figur ein Mensch? Ja! Ja! Ich bin erwachsen! Ist deine Figur für ihre Ungeschicklichen? Bin ich? Ja! Manchmal bin ich ein Tollpatsch! Ist dein... Nein! Ist nicht maskiert? Ja! Das bin ich! Ja! Das ist er! 238.000 Mal! Alter! Cool! Oh! Das hier ist gerade so eine Werbung! Kennt ihr noch dieses Spiel? Oh Gott! Nee! Da jetzt drauf zu klicken, war glaube ich ganz dumm! Da! Kennt ihr das noch? Oh! Diese Musik! Din! 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 Press Bass! Oh! Das... Alter! Absolute Nostalgie! Ich glaube, das ist auch eins meiner... Oder wenn... Oh! Wenn nicht sogar mein erfolgreichstes Video ever! Krass! Ihr absolut... Hä? Oh! Mann! Warum werde ich die ganze Zeit erwischt? Aber doch gut, Leute! Das war's mit einer kleinen Folge vom Akinator! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen kleinen Like da! Und schaut natürlich auch gerne bei Paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr! Vorschläge will man vielleicht nochmal beim Akinator zocken könnte, gerne in die Kommentare! Hier ist jetzt auch der Team Paluten-Kanal! Weitere Videos schaut unbedingt vorbei! Vielen Dank fürs Zusehen! Haut rein! Ciao, ciao!